Hallo Leute, heute gibt es ein Update-Video zum Community-Coin. Ja und zwar geht es darum, dass mir ein Fan 500 Euro für den Community-Coin geschenkt hat und was es damit genau auf sich hat, das seht ihr jetzt in diesem Video. Zunächst mal wurde ich von diesem Abonnent per Mail angeschrieben und er hat mich gefragt, ob ich von seinem Paper Wallet nicht die Bitcoin Cash runterziehen kann, weil das hat er immer noch nicht gemacht und er schafft es auch nicht. Und da hat er mir dann auch gleich angeboten, dass ich die Hälfte dieser Bitcoin Cash dann auch behalten dürfte. Also von diesen vier Bitcoin Cash dürfte ich genau zwei behalten als Belohnung sozusagen und als Spende für den Community-Coin. Das Paper Wallet kam dann per Post, sieht ungefähr so aus. Ich habe jetzt mal den Private Key abgedeckt, obwohl hier nichts mehr drauf ist, aber einfach nur mal so zur Sicherheit. Ich habe ihn natürlich auch vorher gefragt, ob ich das Video machen darf, dem wurde zugestimmt. Deswegen kann ich euch überhaupt von der Story berichten. Ja, ich habe dann noch den Private Key importiert. Das war etwas schwieriger, weil der auch noch verschlüsselt war und so weiter. Habe ich aber dann letzten Endes doch hinbekommen mit seiner Hilfe, weil er das noch mit dem Passwort verschlüsselt hatte, BIP38 und ja, aber ich habe es dann letzten Endes hinbekommen, habe dann dieser Bitcoin Cash auf einer Börse gegen Bitcoin getauscht und habe das Ganze ganz offiziell auf die Bitcoin Spendenadresse gespendet. Wie viel der jetzt drauf ist, könnt ihr ganz aktuell natürlich in der Beschreibung nachschauen. Dann könnt ihr schauen, was ist auf dieser Adresse drauf. Müsst ihr nur bei blockchain.info eingeben oder mal gucken. Vielleicht packe ich auch den Direktlink da rein. Und nur so viel dazu. Wir haben schon fast die Hälfte geschafft. Ja, jetzt brauchen wir also nur noch die andere Hälfte. Und ich denke, dass es bei so einer großen Community überhaupt kein Problem, das zu schaffen. Ich bin sogar bereit, den Teil, der dann noch fehlen würde, dazu zu spenden. Aber ihr habt jetzt auch noch die Möglichkeit, ja, ein Teil eurer Spende sozusagen dann in den neuen Coins zu bekommen. Ich habe ja gesagt, die Leute, die spenden, die bekommen natürlich erstmal ein größeres Mitspracherecht. Und dann bekommen sie natürlich auch Coins. Deswegen habt ihr jetzt nochmal die Möglichkeit, nochmal was für den Community-Coin zu spenden und euch, ja, ein paar mehr dieser Coins zu sichern. Was es dann letztendlich für eine Belohnung für das Verbreiten dieses Coins gibt? Denn es ist ja ein Community-Coin. Und je mehr Leute davon wissen, umso besser. Und warum dieser Coin dann Community-Coin heißt, das werdet ihr dann bald auch noch erfahren. Also er wird seinem Namen auf jeden Fall alle Ehre machen. Der Community-Coin-Name soll ja Jump-Coin heißen. Zumindest waren die meisten Leute immer noch dafür. Aber wieso das dann genau ein Community-Coin ist, das werdet ihr dann noch in einem der nächsten Videos erfahren. Ja, jetzt würde mich mal eure Meinung zu dieser ganzen Aktion interessieren. Nochmal eure Meinung zum Community-Coin. Eure Meinung zu unserem wirklich krassen Spender. Immerhin hat er fast die Hälfte gespendet. Ja, ich glaube es waren jetzt 0,12 Bitcoin oder so. Ich habe da auch noch ein bisschen was draufgelegt. Also alles, was ich auf der Börse noch drauf hatte an Bitcoin, habe ich gleich einfach mit überwiesen. Sozusagen schon mal als erste Spende von mir. Ja, ich denke der Mann, wenn er sich denn hier per Kommentar meldet, hat auf jeden Fall einen Daumen hoch verdient. Also wenn ihr den Kommentar von ihm findet, dann gebt dem doch mal einen Daumen nach oben für diese nette Spende. Ansonsten könnt ihr mir ja auch immer schreiben, was ihr sonst noch so für Video-Ideen habt. Worüber würdet ihr vielleicht auch nochmal gerne beim Community-Coin diskutieren. Dann schreibt das nochmal alles in die Beschreibung. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns alle spätestens morgen wieder. Das ist mal wieder ein Samstags-Video geworden. Morgen wie immer der Krypto-Sonntag. Und dann würde ich mich natürlich noch sehr über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Sofern das das erste Video ist, was ihr von mir seht. Bleibt up to date, bleibt abonniert. Bis dann Leute, ciao! Bis dann, ciao! Bis dann! Untertitelung. BR 2018